Schon mal darüber nachgedacht Deutsch zu lernen? Gründe dafür gibt es genug. Und mit Deutsch online lernst du so, wie es zu dir passt. Wie Momo K., die auch mal ein Semester in Deutschland studieren will. George, der sich für deutsche Kunst und Kultur interessiert. Oder Valeria, die ab und an Deutsch mit ihren Geschäftspartnern spricht. Im Kurs Deutsch online findest du das, was du zum Lernen brauchst. Mit verschiedenen Formaten, wie Video, Hör- und Lesetexten. Natürlich mit Inhalten, die nah am Leben sind. Und damit es garantiert nie langweilig wird, ist die Auswahl der Übungen riesig und abwechslungsreich. Selbstverständlich bauen alle Aufgaben sinnvoll aufeinander auf. Und falls du einmal nicht weiter weißt, gibt es Hilfe in übersichtlichen Boxen. Auch unterwegs mit deinem Smartphone lernst du einfach und unkompliziert. Wichtige Unterlagen druckst du dir einfach aus. So kannst du nach Lust und Laune immer wieder Lerninhalte ansehen und nachschlagen. Im Kurs Deutsch online ist das Lernen unkompliziert, macht Spaß und bringt Erfolg. Mit PC, Tablet oder Smartphone. Gleich anmelden und loslegen.